Komm, du darfst mich freuen, wenn du mich findest. Ich treu niemanden. Ich zünde jetzt nur Aga's Haus an. Nee, du zündest da was an. Ich bin schon da. Aga, siehst du mich? Ähm, mich anzünden kannst du nicht, weil ich hier gerade beim Sumpf bin. Aga, wo bist du? Beim Sumpf! Geh durch die Wüste, dann hältst du dich recht. Aga, komm nach Hause! Nein, ich komm jetzt nicht nach Hause. Ich geh jetzt hier beim Sumpf und schau, was ich im Sumpf Schönes finde. Ach, da muss ich halt schön links weiter. Vielleicht findest du deine Traumfrau. Ja, ich mein, es gibt ja jetzt Hexenhäuser hier. Da muss ich halt links weiter trollen. Ja, ihr zwingt mich ja, Mark weiterzutrollen. Zwingt mich ja dazu, ihr Wichser. Ihr seid so ein Arsch. Armer Mark, ey. Muss ja die ganze Zeit patroolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol jetzt reicht es wird langsam nackt ich sollte mich nach hause bewegen was hält stört das gar nicht stört mich auch nicht fast umgebracht inzwischen felix ich bewirtschafte auch nicht mehr oder ich hab da drauf gesetzt weil die üblich waren und ich essen brauch dann irgendwann doch ich hab gerade bestückt ja ich hab bestückt alles komplett in der richtigen reihenfolge ich hab nicht so viele sagen gehabt zum zehnten mal ich habe nur vier zwei jahre weizen sammeln das heißt weizen ist wieder ernten bald ja gut 1000 jahren vielleicht ja also felix meint werden kannst du es ja anschalten ich habe das immer weil damit wir essen haben ich bin jetzt erst mal keine haftung ich mach nachher wieder oder morgen oder wann auch immer aber jetzt brauche ich mein haus weiter es wird wieder nacht monster hunting und so hätte ich essen würde ich dir ja gerne auch auf uns an den jagen ja dann komm zu meinem haus dann gebe ich dir massig essen ich hab doch noch massig ich kann dir auch 19 karotten geben nein nimm so einen scheiß nicht an ich geb dir gebratenen kartoffeln hier ist glas sehr schön im moment baue ich noch und ich habe noch ein bisschen verrottetes fleisch geht auch ist auch schön mal was anderes mal was herzhafteres verrotteteres der lecker um ich bin immer noch mal powerrails er mit gold und redstone ja nicht eurer ernst doch doch natürlich wir lügen doch nie felix lüge ich dich jemals an ich sage ich doch gerade wir lügen ja sag ja sag ja sowas würde ich mich niemals wahren so ein verräter wo war denn felix eigentlich sein haus far far away in einem land vor unserer zeit in der hand ja er hat die tür in der hand ja gefunden deswegen bin ich heute spät zur schule gekommen na siehste haben wir alles rausgefunden ach du bist heute spät zur schule gekommen hihihi na so traust du dich nicht kann den besten schüler mal passieren ja ja ich bin früher oft zu spät zur schule gekommen weil mein bus zu spät gekommen dafür kann ich ja nicht ach der bus ist dran schuld ja na klar ja immer die armen busfahrer ja wenns schnee liegt fast hätte der spruch gestimmt welcher ey mark ich fahr doch gut früher um nicht in der schule zu sein ja das war der absolute krach nur damit ich nicht zufrieden komme äh ne weil ich bin oh moment mir fällt gerade auf ich habe noch 27 ungebratenes schweinefleisch und 22 ungebratenes rindfleisch ich habe bei mir in der berufsschulklasse gehabt von daher ich habe bei mir in der berufsschulklasse mal das beste zeugnis gehabt streber das hat nichts mit streber zu tun ich weiß noch unsere eine lehrerin auf dem gymnasium Marcel ich weiß nicht ob du die kennst die ähm ach wie hieße die barbie Frau Schnieber ne das ist die andere boah die Frau Schnieber ey das ist so ein stück hat die das einmal ich saß in der ersten reihe weißt du schlägt die die beine über und tat keine unterhose an boah richtig ja boah ich saß halt direkt davor weißt du ja richtig boah die Schnieber ey so ein stück ey weißt du fährst du so einen dicken mercedes hin da weißt du ja und dann hat sie immer ihre lederstiefelchen ja notenstiefel halt ne aber darum ging es ging ja nicht um die sondern um die andere barbie ne den kennst du nicht okay die war die coolste lehrerin aller Zeiten wie heißt die ja ja ich suche gerade nach den Namen ach wie sind die alter er sucht grad bei Google also kann es dauern ne ähm das war auf jeden Fall eine Kunstlehrerin und Deutschlehrerin halt Frau Kiesewetter ne Frau Gonnermann ne ach wie ist denn die ähm Frau Frau eine Kunstlehrerin Frau Gläser ne die hatte wirklich komplett blonde Haare halt wie so eine barbie braun gebrannt blonde Haare so ganz komisch wie ist denn die nur fuck normalerweise sind Barbie noch dauernd ziemlich nass oder blonde Haare so richtig gefärbt blonde also richtig krank blond ja richtig heftig Rehwald 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 oh die Frau Rehwald die ist die geilste Lehrerin die man jemals haben konnte die ist einfach nur so cool drauf ich fand die immer richtig geil und die hat immer gesagt Streber Streber sind Leute die nach Wissen streben verdammte verdammte in der Nähe von den Erntegeschichten ich glaube das ist meine äh Monsterfalle ja genau Richtung Monsterfalle, geh erstmal Richtung Monsterfalle und da steh ich genau eigentlich mein Lauf da, ich seh' dich wir sind, ist hier wo ganz viele Rosen wachsen, haben wir irgendwo was? ja, weiß ich, ich hab's auch schon gesehen nur gelbe du siehst ja was ich vorhabe, gell? ich brauche nur rote baust du auf jeden Fall was mit... hast du schon welche? ja nein, aber ich kann nicht denken, wo ganz viele ich bin jetzt auf dem Weg zu dir, ich komm nach oben, wir treffen uns weiter schluckt ich bin mal in der Tatsache wenn du es an den Ecken längst gehen lässt, verlangsam die Ecken deinen Kart also musst du noch mal kommen na, ich mach's ja eh mit 3, ja hallo ja, genau hier, guck mal ich hab da in der Wand ach, aga, bleib mal stehen, bleib mal stehen ich kann es nicht ansehen, mit was du hier rumrennst weißt du das? bitteschön nimm, nimm äh, mit dem, äh was nehmen, was da? was da? dass ich einfach nur noch auf den Knopf drücken muss und auf dich hin und los fahr ey, nimm besseres das machst du einfach, da brauchst du kein Sticky Pisten für du setzt einfach jetzt ich hab jetzt halt Sticky Pisten hier auf dem Block setzt du ne, ähm, Whale ne, ähm, Booster Whale dann setzt du ja dann setzt du da, wo ich jetzt die Fackeln setze also da die untere Fackel Knopf äh, ja, genau da setzt ein Knopf und hier machst du dich und dann brauchst du nur noch auf den Knopf drücken und fährst los hier ist noch zwei na? weil äh, wenn du hier wenn du hier drauf den Knopf drückst dann geht das Signal bis hier durch na, ich schau mich mal nur ein bisschen um danke bitte, bitte also stell ich mich um auf den Knopf drücken ich hab jetzt mal gekonnt äh, das ne, das ist ja gar nicht das ist ja gleich, solange sie nicht aktiviert ist das ist ja Bremse und wenn du was, äh, hinter dir im Rücken hast dann fährst du automatisch in die andere Richtung wenn die gepowert wird was baust du denn, Felix? ach, also könnte ich dann also brauche ich gar keine, äh, äh, Pisten brauchst kein Sticky Pisten nein bist du die Pisten? kein Pisten nevriger Kolben für die englische Egaseniker also brauche ich keinen Kolben gar keinen nein, gar keinen wofür wolltest du ein Kolben bei sowas verwenden? ja, du kannst das auch mit einem Kolben machen aber es ist unglaublich, äh, uneffektiv und kompliziert und aufwendig, ja ja kannst mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll äh, guck dir einfach das nächste Tutorial an was es von mir geben wird zum Güterbahnhof da, da muss ich die Technik nämlich verwenden okay ah, dein Sinn oh, hier ist mein Loch aga hat ein Loch aga hat ein Loch ja, guck meine Gacka aus aga hat zwei Löcher aga hat zwei Löcher ja, und beim anderen noch kommt ein Pipi raus iiiiiiii und mein Sperma können wir jetzt aufhören damit das wird zusammen Pädoo, Pädoo warte mal nein wie war das gestern wie war das gestern? wie war das gestern? ich hab auch nie erzählt, dass wir irgendwas davon zeigen will wie war das gestern? was meinst du? achso wo Sepp schon die Audioaufnahme aufgenommen hat und dann aga genau mit dem gleichen angefangen hatte Was? Jetzt geh kaputt. So lange her, ich kann mich da nicht mehr dranhängen. Leute. Ager hat doch gestern uns erklärt, warum er eigentlich auf dem Surfer ist. Achso, stimmt, stimmt. Da war irgendwas. Nur wegen Marcel. Ah ja. Weil er der Jüngste ist. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Marcel, musst du nicht verstehen. Müsst du auch nicht verstehen. Ich hab euch grad nicht zugehört. Ich hab mit dem zugehört. Das willst du auch nicht hören. Das ist für dich diesmal besser. Ja, ich kann mir die Aufnahmen anhören. Ich kann mir die Aufnahmen anhören. Das ist schlimmer als die Schrankgeschichte. Die Schrankgeschichte ist das besser eigentlich. Schrankgeschichte? Fast unübertrefflich. Nein. Nein. Das willst du schon noch erleben. Irgendwann wird's mal erwähnt. Irgendwann wirst du das schon mal wissen, wenn seine Schwester reinkommt. Alter, ey Felix. Ich glaub ich hab noch genug von anderen Aufnahmen mitbekommen davon. Und wenn wir mal für den Test waren. Oh cool, hier ist noch ne Schlucht. Hatte dann noch die Katze oder das Kaninchen oder sowas noch? Nein. Nein, nein. Meine Katze liegt gerade neben mir und schnarrt. Neben dir? Das klingt so filsch. Das klingt sowas von falsch. Oh, sie ist ja nur süß und liegt da und krrrr krrrr krrrr. Kennt ihr, kennt ihr das Video von Waag vor der, äh, äh, ist das der Bassist oder ist das der Drummer? Jedenfalls erklärt, warum der Osterhase die Eier von den Hühnern austrägt. Ist das einer, der so total scheiße aussieht? Wenn ja, dann ist es der Drummer. Nichts persönliches. Nee, der ist schwarzhaariger. Ja, die sind alle schwarzhaarig, glaub ich. Nee. Ist das denn ich? Es ist nur einer schwarzhaarig. Ja, dann ist der Drummer. Die anderen sind alle so wie du. Dann ist der Drummer, der ist so schwarzhaarig. Races, 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 Races. Jedenfalls hat er erklärt, warum. Einfach nur. Oh, rote Rosen. Ja, die hab ich auch grad eben gehabt, als ich am Dschungel längs gegangen bin. Naja, ich sammle die gerade. Ich brauch die nämlich für meinen Teppich. Rote Teppich, kann man sich ja fast denken, oder? Alter, Haltbarkeit. Nee, rote Rosen sammelst du, um rote Farbe, beziehungsweise rote Wolle zu kriegen? Oh mein Gott. Ja, ja, doch, doch. Hab ich, hab ich vor. Hab ich vor. Wär ich nie drauf gekommen. Doch, doch, das ist möglich. Hat die heute mal Gold für mich? Ja, ich hab 10 Gold. Äh, ich bräuchte das dann, bitte. Ja, wofür denn? Ich würde dir auch Essen geben. Ich hab Essen. Würdest du das? Ich hab massig Essen. Zwölf Kartoffeln. Brauch ich nicht. Ich hab massig Schweinefleisch, hab ich eben entdeckt bei mir. Ich hab doch noch ganz viel gehabt. Ja, was kannst du mir sonst noch bieten? Gar nicht. Ja, muss ich denn dann eigentlich die Power-Rates craften? Ja, unbedingt. Ähm, da wo sonst Eisen ist, setzt du Gold hin. Dann komm einfach her und ich geb dir was. Dann komm einfach her und ich geb dir was. Und du in die Mitte in Redstone. Einfach nur in Redstone. Also wie normale Schiene, nur mit Gold und Redstone. Bin gerade im Haus bei uns. Ja, komm, ich komm hoch. Moment. Okay. Muss ich erstmal fixen mit Gold. Ich habe schon länger nicht mehr im Survival gekräftet, aber müsste eigentlich stimmen. In normale Schiene nur Gold statt Eisen und unter dem Stocke machst du Redstone. Ah, ich hab übrigens noch. Sepp, ich weiß, was ich dir geb. Sepp, ich geb dir Rosen. Ja, nee, ich hab genug. Ich hab jetzt über ein Stack. Okay, dann nicht. Ja, Sepp, brauchst du noch Gold? Nee, kriegst du ruhig. Ja, ich brauch unbedingt Gold. Ja, warte, ich geb dir doch welches. Bleib einfach stehen. Okay, Felix, gib dir. Okay, wir müssen die Treppe anders bauen. Sepp, gib dir. Wie jetzt? Also wer gibt jetzt wem? Oh, ich hab noch. Gib du. Ich hab noch 44. Ich mach jetzt mal fix im Auerkappt. Ich hab keinen Bock, die Treppe dazu. Noah, willst du mich verarschen? Ich hab nur 10, Mann. Irgendwo klingelt ein Handy. Meins nicht. Meins ist es, ne? Meins kann es auch nicht sein. Ja, warte, bleib stehen. Bitteschön. Meins auf lautlos, ohne Vibringen. Danke. Vibrieren ist was für ein Edels. Ja, richtig. Wenn man einfach nicht auf den Sack gegangen werden will, wie ich immer, dann mach ich das so. Dann stellt man es komplett stumm. Ja. Ja. Und deswegen mach ich Vibrieren. Das ist wie stumm still. Ich hab nicht mal mehr Vibrationsalarm an. Weil das ist nur für Mädels. Ja. Da geht dann die Party in der Hose los. Glaub mir, das geht für Männer genauso gut. Aha, ich hab auch noch Vibrieren. Wir hatten mein Fleisch geklaut. Das finde ich aber nicht schön. Na, egal. Ich kann ja Kartoffeln geben. Was hast du eigentlich ständig mit deinen Kartoffeln, wie sie loswerden? Hallo, ich bin Deutsch, Junge. Ich kann grad sagen. Was dagegen? Ähm, die Russen sind das mit dem größten Pro-Kopf-Kartoffel-Verbrauch. Und zumal Kartoffeln... Ja, nur wegen der flüssigen Form, ja, also bitte. Ja, aber trotzdem. Komm. Jetzt geben wir das Prinzip. Ich bin Deutsch. Das hat nix deutsches zu tun, wenn du Kartoffeln futterst. Stimmt. Wenn du Sauerkraut und Weiß hörst, du sagst. Ja, hallo, nein. Am Arsch, Deutschland, die Kartoffeln essbar entdeckt. Ähm, nein. Das waren die Briten. Warum funktioniert das mit der Rose nicht, Marcel? Komm, 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 Marcel, 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 von abgesehen. Da unten. Marcel, wie macht man dieses Rosenrot? Äh, du tust eine Rose in dein Inventar und craftest es. Oh, ich dachte, das muss mal brennen.